GZSZ Folge 7862 vom 28. September 2023 So lange haben Erik, Patrick Heinrich und Toni, Olivia Marei, für ihr Liebesglück kämpfen müssen, was jetzt doch zerbrochen ist. Eigentlich hat Erik sich mit der Trennung ja abgefunden. Doch jetzt bekommt sein Herz nochmal einen ordentlichen Knacks, denn zu Tonis baldiger Rückkehr muss Erik die WG verlassen. Wie sehr er mit dem Neuanfang zu kämpfen hat, zeigt das Video. Die Fernbeziehung von Erik und Toni hat nicht gehalten. Unzählige schöne Stunden haben Erik und Toni zusammen in ihrem Zimmer in der WG verbracht. Eine Zeit, die mittlerweile der Vergangenheit angehört. Seit Toni für einen Job in die USA gegangen ist, wollte die Beziehung der beiden einfach nicht mehr richtig funktionieren. Es kommt zur Trennung. Jetzt, wo Toni bald wieder zurück nach Berlin kommt, muss Erik sich damit abfinden, dass es vorbei ist zwischen den beiden und er raus muss aus dem WG-Zimmer. Erik wird von seinen Kumpels aufgefangen. Erik fällt der Auszug aus der WG sichtlich schwer. Zu Tonis Rückkehr muss er das damals gemeinsam bewohnte Zimmer räumen und findet bei Tuna, Thomas Drexel und Paul, Niklas Osterloh, ein neues Zuhause. Mit dem Auszug bekommt Erik das endgültige Ende seiner Beziehung zu spüren und das tut trotz großer Unterstützung seiner Kumpels einfach unfassbar weh. Wie sehr genau gibt es oben im Video zu sehen.